ARD Text im Auftrag von Funk voll der coole Elf jetzt mit grünen Haaren 93 Prozent Martin Fertig gleich müssen zocken doch machen schon die Freien auch oft muss alter also Aua boah diese verfickten Thorns was hast du denn da für einen Steg gebaut Loris das ist mein Haus ja das sieht doch aus wie ein Haus fast und Martin übertreibt voll was machst du in so einem großen Zaun Achso du machst ja kein Haus ne ich hab ein Dier verbrannt scheiße ein Dier verbraten verbrannt Larva Larva wieso schmeißt du in den Larva alter weil es Spaß macht weil es Spaß macht ach bin ich behindert genau hör auf damit jetzt oh ich hab das gesagt ups das wollte ich nicht ja genau war eine Lüge das wollte ich genau hör mal auf jetzt zu posten wir nehmen gerade auf noch mal Dier's boah Jo wie viele aber das ist voll doof mit der Crafting Station da kann man ja jetzt durchgucken wie ich wollte die als Abtrenner haben zwischen meinen Generator und meinen Mace Raider weißt du ne weil sonst betreibt der Generator ja die ganze Zeit den Mace Raider und das ist ja nicht so gut ne nicht ne eigentlich nicht ne jetzt wollte ich gerade an der Stelle gehen wo der vorher stand hallo hallo was geht was geht was geht 104 Gold wenn ich 10 Stunden arbeite jetzt geht es los äh Eisen und dann wenn ich in der Schule bin lass ich ihn nochmal arbeiten ne ne kann ja nicht sein das kann ich mir nicht vorstellen irgendwer hat gerade gerivt Entschuldigung oh loll ich hatte ja hier noch wo er war drin hups hupsi ja zwei Schlauer ein Gedanke ja zwei Martins ein Gedenke 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 ich habe gepostet mit der Gedenke es war es war angetäuscht ja ja und der Köln der Schöne so ein Schül ja ja und ich habe genau du machst du hey ich schwöre warte mal ich krieg das noch mal ein hupf Hier Gehört? Ja, das war ein Furz Nein, Mann, das war ein Rad da unten Das war eindeutig ein Furz, Alter Ey Hab mal voll gehört Der Furzt hier, ey, mitten ins Let's Play rein Das war ohne Spaß, mal Rad da unten Dein Rad? Hast du ein Rad ab, oder wat? Drei Wie heißt denn der Ofen von, äh, von Dings? IC2? Genau, Ports Furnace, nein Nee Electric Furnace Pust dich doch Warum sagst du mir das denn? Entschuldigung Electronic Circuit Chance Brauch ich dafür Leute, ich hab nicht mehr genug Kupfer dafür Das ist aber irgendwie ein bisschen schlecht Leute, ich hab kein Kupfer mehr Auch zu posten jetzt Echt mal Los Ja genau, Tobi, Alter Tobi wieder, ne? Der Loris, ich weiß schon, warum der nie mit aufnimmt, weil ich das gar nicht will Weil der voll scheiße ist Weil der voll nach Maggi riecht Ne, der sowieso Das ist ja wohl klar Du bist voll tight, Alter Ja, er ist voll tight Ja, er ist voll tight Dabei geben wir uns voll die Mühe, damit wir Baggi sind und er ist einfach tight Er ist einfach tight, ey Neo, was machst du mal mit Facecam? Niemals Niemals Sobald die Hölle zufriert, mach ich das Da könnt ihr euch schonmal drauf freuen Ich hörst, glaub morgens in den Nachrichten, die Hölle ist zugefroren Achtung, Sondermeldung Und ich so, nein Warum? Damit hab ich gar nicht gerechnet, dass das noch passiert Hier ist überall Eisen, aber kein Kupfer, Mann Ich brauch Kupfer, Alter Ich bin, glaub ich, tief Ich hab Kupfer Kupfer ist weiter oben, ne? 48 oder so 48, genau? Nein, irgendwo da Lava doch nicht Doch, irgendwas bei 40 Lava doch nicht, Alter Oh, hier ist Lava Lava Lava? Lava doch nicht LOL Wieso, auf der Höhe hab ich vorhin was gefunden Mein Rad ist abgefallen Was? Mein Rad vom Stuhl ist abgefallen Hey, das ist schon öfters passiert Ja, aber das ist ein anderer Stuhl jetzt Ich dachte, du hast ein Rad ab Du spinnst ja wohl Ja, aber jetzt fährt, äh Wurzelt nicht mehr beim Fahren Weil er nicht mehr fahren kann, ne? Doch, er fährt jetzt Auf drei Rädern Genau Martin hat ein Dreirad Ja, hab ich auch Ja, hab ich auch Ah, 99% ihr Wichsers Du sollst hier zocken und nicht da immer gucken, Alter Wo ist? Konzentrier dich da Äh? Konzentration Konzentration Mein Haus ist fast fertig Schauze Hast du gehört, ja? Halt die Schnauze Loh, hier ist doch Kupfer Bin ich behindert? Ich hatte Kupfer im Ofen Ich kann mich nicht konzentrieren Wenn wir zusammen alle aufnehmen Okay, dann bist du Das ist voll heftig, ey Voll heftig Was wollte ich jetzt damit machen? Ach ja, ein Electric Furnace Genau Ach ja Ich immer noch die Anfangs-Twitter hab Mit Level 8 Ja, ist doch voll geil No Ah Erstmal neue Ware im Waffenladen Gib Gib Ja, Bogen Boah, drei Bögen, Alter Boah Alle Alle geben mir Intelligenz, what the fuck Lauf Neue Ware, nein, du scheiße Bring voll viel, wenn ein Bogen Intelligenz bringt Ja Magier kaufen sich gerne mal einen Bogen Hä, ist doch Bogenschütze Ja, aber was willst du denn mit Intelligenz als Bogenschütze, im Idiot? Hä, ist doch Bogenschütze Schaden Ah, ne Hä? Jetzt hast du es verstanden, ne? Ja Ja Oh ja 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 Martin, greif mich mal an, ich hab einen neuen Bogen Leute, wieso ich jetzt nur noch 23 Bogen? Der Stab Hab grad schon wieder ein anderes angriffen Greif du mich an Ich kann das in einer Minute Greif dir mich mal an und verliert Greif dir mich mal an und verliert Ich bin glaub ich schon Platz 13.000 noch was oder so Ja Greif du mal meinen Typen auf Server 9 oder so an Nein Auf Server 12, Martin, 12 Ne, auf 9 hab ich mal gespielt Ich hab auf 12 gespielt Ich will mal gucken Gesundheit Vielen Dank Mit Freundchen Schäfer Ich will mal auf Server 12 gucken, wie ich's levelichter bin Schnauzen Hm Seh ich genauso Ich sprech dir aus Versehen Sehr behindert, ey, der ist so behindert Was ist denn los mit dem Jungen, ey, was ist denn los mit dem? Ich versteh das einfach nicht Los mit komischen Geräusch, hab ich gehört Ja Wir sind eigentlich nur von Idioten umgeben, oder Martin? Hm Das ist irgendwie komisch Ihr seid die Größten Wir sind die Einzigen, die schlau sind von unserer Truppe Ja Ja Ich will doch viel lernen, ey Entschuldigung Das war doch Loris Achso Wie der eine aus deiner Klasse immer wenn Wie der eine aus deiner Klasse immer wenn Irgendwer auf dem Boden rotzt Ja, Mann Was? Eine aus meiner Klasse müssen immer wirken, wenn einer auf dem Boden schickt oder so Das ist ein Spaß Alter, ich bin Level 49 Ich nicht Ich bin level 49 Ich hoffe, ich nehme Server über 100 Wie ihr abgeht, Alter Mir geht so heftig ab Ihr seid die Heftigen Ich bin mein Honey Lunatics, Alter Ich bin Manni der 3 Manni Manni? Ich bin Martin der 3-fach Heftige Du heißt jetzt Money Ja Hä, ist doch richtig Ach, Iron Furnace Oh mein Gott Ja, Dias schon wieder Ich habe, glaube ich, gar nicht mehr noch Algen jetzt mehr Doch Doch Nein Ich bin Dias Hab schon 15 Stück Boah Du bist der Heftige, Alter Ja Du bist Martin, der Heftige Ja Heftisch Ach fuck, ich habe Kabel vergessen Nur noch ein Kabel rein Zack So, jetzt komme ich raus, ey Ach, hier der Portrugand, geil Direkt raus Boah, Eisen habe ich voll viel Ne Doch Wirklich Echt Wirklich Dann kann ich mir gleich erstmal einen Hopper machen Das ist schon mal gut Dann bist doch du, Martin der Heftige Jo Eigentlich schon Dann mache ich mir jetzt erstmal gleich einen Hopper Ein Hepper Hepper Aber das bringt mir ja nicht viel, ne Obwohl, naja, egal Komm Scheiß drauf Scheiß drauf Ach lol, ich habe ja hier schon voll viel Eisen im Inventar Eisendust Eisendust heißt das jetzt So, was mache ich denn jetzt, Martin? Ich weiß es nicht Ich muss auf jeden Fall mein Haus rufen, bin doch fertig Genau Habe ich hier, ich nehme Junglewood für den Boden Weil, das ist voll geil Genau Ja Halt das denn, du schnurz, Alter Entschuldigung Aber du übertreibst doch immer so, Martin Nein Doch Ich will nicht Du übertreibst immer voll, weil du der Heftige bist Oh, nein Oh, nein Ich will das nicht Doch Echt? Ja So Genau Alter Okay, ich hoffe Ja, ja, das ist ja sowieso nicht Mach ich auch nicht Ne, du, ne Aber es muss mir eine Goldschaufel machen Mach doch mal Mach ich auch schon Nein Die ist aus wie wie Bronze-Sense-Atex Aber ich glaube, ich mache mir keine Treppe im Keller Ich mache mir so eine Falltür Ein Spatmachier Ja, ich weiß, aber ein Spatmachier Ja, ich weiß Was ist denn du da los, ey? Der ist schön, oder? Sieht schon besser aus als Martin Hörne Das ist ja nicht schwer Scheiß drauf Hier lege ich glaube ich nicht so viel Wert auf das Haus Ich bin angegriffen, habe gewonnen Oder ich baue dasselbe Haus wie auf dem Server Auf einem anderen Server Boah Geh mal weg Das ist doch mal geil Ne Hier wird schlicht ein Fidget spakt Geil Leute, wie laut Hi 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 Warum ist das doch einmal so laut? Einfach so? Ja, glaube ich auch Alter Alter Die Animation waren so groß irgendwie Und dann wird es automatisch lauter, ne? Keine Ahnung Anscheinend schon Eine Fackel So, jetzt habe ich meine Holzspielsecker kaputt gemacht Schlauze Kaputt gemacht, habe ich die Mit Absicht Ich habe voll geil viel gerade gefahren eigentlich Und ihr warst heute bei Meckis Ne, morgen fahre ich Du bist morgen sowieso in das Dorf nebenan Das heißt Strausberg Das Dorf Ah, dann kann ich dich besuchen Wer ist denn das andere Dorf bei dir? Es gibt doch ein Dorf, das heißt Hennikendorf Und ich wohne in einem Dorf Und ich wohne in dem Dorf namens Herzfelde Boah Geil, Alter Jeder wohnt Verwandte von mir Ja, nicht Doch Kann gar nicht sein Hier wohnen keine Spasteln Ja, war gut Ja, ne? Ah, ich hätte nicht selbst drüber lachen sollen Mist Das macht man nicht Letztendlich bin ich cooler Da wohnt keine Spasteln wie du Ne, das war nicht so lustig, ne? Ne Das ist was du meinst gerade Ist egal Ich habe es versaut Ich habe es versaut Fünf Eisen braucht man für einen Hopser, ne? Hopser Hopser Nacht Ich habe es versaut Ich habe es versaut